Auf dem Ende sehen Sie ja im Augenblick schon die zwei Tiger, die sich in Bewegung gesetzt haben. Sie haben sicherlich das Exponat im Museum gesehen, das hier als neuestes dazu gekommen ist. Ja, das ist schon lange. 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 Ja, ich bin natürlich nicht mehr mit. seine Elektromotoren mit 12 Volt betrieben werden, das heißt, hier sind wir auch schon vorbei.